Ja, hast recht. Richtig. Oh, er ist born. Rechts, links? Links. Das ist noch unten. Links. Wenn du rechts fliegst, kriegst du die ganzen Radarraketen in die Fresse am Wasser. Ja, ja. Vorsicht, nicht in Bäume kreischen hier wegen den Wolken. Oder in Berge. Ja, Bounty muss erst mal hinter uns herkommen. Kein Thema. Okay. Unsere FVS, lass die mal vor, die FVS mit ihren Radargeräten. Du weißt ja, wer langsamer fliegt, wird länger gesehen. Sei denn, bist du nur noch 5 Kilometer weg. Tendenz fallen. Ja, ich auch. Wir haben von irgendwas gelockt. Und da scheint irgendwas mit Puls-Doppler zu sein. Ist egal, wie tief ich bin. Ich werde nur angepingt. Ne, ich hatte gerade eben einen durchgehenden Ton. Und wieder mal ein Ping. War die Rasenkante. Weißt du, wenn du auf einmal in den Überschallbereich kommst oder gerade rauskommst, auf einmal guckst du noch von hinten auf diese weiße Nebelwand. Und das im Tiefkrieg zwischen den Baumwippeln. Einmal schön Formation fliegen. Ja. 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 Also mal eindrehen. Ja. Mirage. 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 Rakete ist jetzt raus. Okay. Die zieht weiter durch. Rakete kommt nicht an. Ne. Die Rakete war aus. Was? Du? Von da hinten? Von da hinten? Ersthaft? Ja. Der war nur 4 Kilometer weg. Ja. Ist zu weit. 4? 4? 4? 7e. Auf dem BR? Ich habe gerade mit 2 Kilometer geschont. Es war zu kurz. Äh, zu lang. Ja. Ja. Ja, ich glaube der ist da hinten auf der Tornado. Deswegen. Oder? Okay. Nö. Bin jetzt nur eingedreht und schaue jetzt wo was ist. Mirage steht ein. Zweiter Rakete. Ach ne, hat geflared. Okay. Hat geflared. Jo. Ich darf nicht drehen. Verdammt. Ich darf nicht drehen. Ne. Ich auch nicht. Wo ist er? Hinten bei der FAS. Oh, Suh 22. Oh ja. Was? Wo? Ach da. Ja, aber 10 Kilometer weit weg. Ich habe ein Bug. Mein Flieger fliegt immer noch weiter. Ach ne, hinter uns. Hinter. Ja. Ja, ich bin an der Mirage. Hab sie. Geh down. Die Mirage ist gekrittet von mir. Sehr gut. Das war mein Daily. Dankeschön. Bitte, bitte. Oh, Mick 23 von hinten. 6 Kilometer. Ja. Ja. Ich komme mal Richtung Fahrqual. Ja, ich drehe gerade. Ich habe nur noch Bordkanone. Ich habe keine. Tito. Sidewinder mehr. Ich habe noch zwei. 5 Kilometer. 5 Kilometer. Ich drehe. Ja, ja, ja. Die kommt, die kommt, die kommt. Scheiße, Kontrollverlust. Ja, ich bin gerade daneben. Oh, was hat mich jetzt getroffen? Ach, noch ne 23er. Ja. Na, die räumen jetzt auch bei uns. Die 23 ist hinter mir. Die räumen jetzt auf. Oh, unter mir ist ne Tornado. Ja, jetzt kommen sie alle. Ja, wir sind noch zu dritt. Und der Gegner hat noch 6. Ja, ja. Ich komme jetzt wieder zurück. Ja, ich habe immer noch die MiG-23. Nein, nee, ich komme nicht zurück. Ich gucke, dass die F5... Naja, fliegt weg. Der Tornado ist gerade reingeschlagen. Oh, Kontrollverlust. Kontrollverlust. Ein Bot ist noch bei euch in der Nähe und eine eigene F5. Die F5 holt den Bot, der Arsch. Anstatt, dass er dir hilft. Ja, ja, scheiße. Kontrollverlust. 2 gegen 5. 1 gegen 5. Fabi, alle für dich. Nee, sind nur noch 4. Sind nur noch 4. Rett auf der MiG-23. Und sie fliegt ganz normal weiter. Ist klar. J7 hinter dir. 2 Kilometer hoch. 6 Uhr. Ist aber down, ne? Die MiG, kann das sein? Die MiG ist down, ja. 2,3 Kilometer J7, 2,4, 6 Uhr hoch. Ja, der versucht jetzt zu diven. Zurück zum Flugfeld. Der hat auch schon mal one way. Der dive gleich auf dich. Ich gucke eben, was... Ach so, dass er Speed aufbaut, ne? Ja. Na, da hab ich eventuell was gegen. Mal gucken. Schaffe ich das innerhalb von 5 Kilometern? Bestimmt. Wenn du jetzt komplett hochziehst, bist du hinter ihm, ja. Ja. Sehr gut. Oh nein, ich dreh aber nicht genug. Nee, nee, vergiss das. Doch, 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 mach. Nein. Der ist, der ist, hat zu krassen Geschwindigkeitsvorteil. Komm, der zieht hoch jetzt. Ist ja nicht so, dass der... Ja, aber wenn der jetzt komplett nach oben zieht, dann... Ja gut, das könnte sein... Ja, ich bin zu spät. Nee, der macht ein Looping. Nee, der macht ein Looping. Ja. Ja, du hast zu spät reagiert, ja. Ja, ich hab's... Ja, das ist leider richtig. Jetzt geht er in One Circle. Ja, der hat abgefangen. Nee. Das kriegst du nicht hin. Nee, 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 nein, nein. Nein, 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 ja. Ja, der kommt nicht hinter dir her, aber... Ah, da ist nämlich 23. Und deren Flugfeld, ne? Ja. So, dann bin ich hier. Einfach landen, ist aber auch keine Option für mich. Nee, da holt er euch trotzdem. Ja. Trashen. Ja, das sind nur noch drei Gegner. Wenn du den noch wegkriegst. Das ist der, der noch gar nichts hat. Doch, der hat einen Abschuss. Das wird ein Bot gewesen sein, weil der hat nur 230 Punkte. Kollege. Aus ihm. Ja. Ich kann auch ein bisschen was, Kollege. Oder fängt er den noch? Nice. Nie im Leben. Nee, das fängt er nicht mehr. So, sechseinhalb Minuten Spritz. Das, äh... Ich muss landen. Ja. Ja, mach doch. Die anderen waren auch beim Flugplatz an, aber irgendwie 30 Kilometer weg. Das gilt auch noch nicht als abgeschossen, oder? Nee, nee. Aber der kann nicht mehr fangen. Der hofft darauf, dass ich abgeschossen werde, ehe die Runde vorbei ist. Ja. 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 Ja, ich hab ziemlich oft Pings. Könnte auch sein, dass der schon in der Nähe ist, der Gegner. Ey, jetzt... Der fällt immer noch runter. Ja, ja. Der fällt. Der trudelt. Der trudelt. Wer der... Ach, guck mal. Ich krieg gleich nur ne Killhilfe, weil der von den Box abgeschossen hielt, ey. Und, von was ist er jetzt abgeschossen worden? Hast du den bekommen, oder? Frontal kommt einer. F5. Ja, ja. Hast du den bekommen? Ja. Ja, ja. Go around. Gut. Jetzt auch getroffen. Zieht zumindest ne schwarze Wolke hinter sich her. Ja, ja. Wirst du angeschlagen. Ich weiß. Schwein gehabt's. Also du hast ja jetzt noch eine Chance. Jetzt ist er eins gegen einen. Wo der andere auch immer ist. Der andere ist ne Mig3. Der hat einen Abschuss. Der ist genau über mir. Ja. Ja. Und ich hab noch vier Minuten Sprit. Das ist... Reicht im Leben nicht. Die Raketen schießen aber auf ihn. Ja, aber der hat Radarraketen. Die kriegen dich auch auf den Boden. Wenn er noch welche dann hat. Der ist frisch von der Basis. Der ist frisch. Der kommt von der Basis. Ich versuche ihn jetzt zu baiten. Jetzt geht er wieder rein. Ja. Die Flagg schießt. Geht in die Berge. Ja, ja. Du kannst dich jetzt hinter ihn setzen. Ja. Ne. Vergiss es. Ja, doch, doch. Doch, hinterher. Ich... Ich... Wenn ich jetzt den Afterburner reinmache, ist der Sprit noch schneller weg. Drei Minuten zwanzig. Na ja, okay. Dann fliege lieber in die Base und Tank. Ja, aber sobald er auf dem Runfeld steht, kommt er über die Berge und haut ihn weg. Es sei denn, ich komme schnell genug zum Stehen und kann... Egal, was passiert. In zwei Minuten fällt er vom Himmel. Wäre er der Gegner? Ne, du. Achso, ja. In drei Minuten, richtig. Mhm. Also, was bleibt dir an das übrig? Reduzier den Schub. Ja, aber dann ist er gefunden, ist fressen. Mit Glück, wenn er rüberzieht, wird er von dem Flachs erwischt. Und ist Sam. Ist das Zielradar auf dir? Die Order, meinst du? Der Befehl? Ne, ist aus. Ist aus. Ist ausgelaufen, okay. Avenger, mach ich an. Achso, hab ich auch gerade. Okay. Da ist er, da ist er, da ist er. Direkt voraus. Rakete, Rakete, Rakete. Nice. Zwei Raketen. Ja, bait ihn, bait ihn, bait ihn. Vor dir zum Flugfeld. Oh, versuch mit der Kanone. Oh, fuck. Ja, komm. Lass ihn auch mal shooten. Geht nicht. Ein Starfighter doch nicht. Achtung, Zeit. Alter. Ja. 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 Er ist da oben, er ist da oben. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ja, 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 alles gut, alles gut. Er ist der Letzte, oder? Ja. Ja, er ist der Letzte. Nice. Geil. Alter Schwede, ey. Wie viel Sprit hast du nach Reminen? Äh, 1,45. 44. Geil. Last Man Standing. Alter Schwede, ey. Hättest du den Order nicht angemacht, hättest du, hättest du ihn nicht gesehen. Ja, richtig. Nice. Er war doch ein geiles Ding. Dogfight mit einer, äh, gewonnenen, verteidigenden Dogfight mit einer F-104. Das muss man auch erstmal hinkriegen.